So, da sind wir in einer neuen Folge Counter-Strike-Global-Offensive-Office-Global-Office-Ach so, jetzt muss ich mich natürlich wieder umstellen, ich muss es die Terroristen kaputt machen. Ja. Oh, du bist noch nicht bei mir im Team, du bist ein Spacken. Ich bin Anti-Terror-Ger. Fabi! Ne. Boah, da hab ich falsch hingeschaut. Ich wollte schon loslegen. Weil Fabi das falsche Team gegangen ist. Sorry, Fabi. Ist so eine Reaktion von mir. Baba! Nein, du bist echt geil, Leute. Hallo, ich hatte nur noch ein paar Leben. Hilfe! Hilfe! Was? Das finde ich jetzt aber nicht so mega-porn-wurrschon. Boah, das war schon ziemlich fies von dir, Philipp. Was? Da einfach von hinten ran zu snicken, um mich da nicht mal zu killen. Ja. Ich hab's halt voll drauf, ne? Ja. Ich hab's halt voll drauf, ne? Ich hab's ja super-porn-wurrschon. Da glaub ich auch. Da kommt der einer! Boah, Fabi, du bist noch der Echt gerade Licht! Nein. David, David. Do, David. So hat es so einen La... Alter, Flo, du Arsch, du kommst schon zu... 2 Schrot. Baf. 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 Soll ich noch mal zu der Ecke kommen Genau so wie das Ich bin gerade in Feierladen auf die Farbe ich bin ja auch wenn Herr Auer im Ernst da war es schon wieder in der Ecke da ist da ist ja Scheiße nicht am Spawn Marco das geht gar nicht nicht am Spawn Marco das geht gar nicht ja ich bin halt dahin gelaufen sorry dass ich gebombt nicht aufgegangen Scheiße wie scheiße war das denn wie scheiße war das denn mein kleiner Freund du wirst nicht drauf gehen oder ich werde Alter ich ziehle einfach nur wie im Tor weg gerade der gerade scheiße verreckt verreckt du ja genau scheiße was ich bin nicht erster Fabi du bist scheiße doch ziemlich alle verarschen oder so ja 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 was Aua 2 mal mega scheiße Aua Aua ja dich habe ich nicht gesehen die Spacken da hinten aber die Snappi ist auch weg nicht hihi ha 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 siehst du ich hab doch gesagt ich bleib dich weg du kleiner Bongo du kannst halt nichts was jetzt werde ich sterben was nein ich hab dem drei schüsse reingepumpt er wird verreckt Nein von wo hat war ich hab mit einem schuss mit einem schuss ja komm ach ist doch scheiße ich bin ich erster das ist natürlich ärgerlich Fabi war ich auch die ganze Zeit die Map ist zu klein für mich ja daran wird es liegen ja warte 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 sag mal da will ich mal an Bord töten da kommt gleich die ganze das ganze Einsatzkommando auf mich zu beworfen Premium Einsatzkommandos sind cool schweiß schweiß du hast die gleiche Waffe nicht nach wahren nein Ich bin immer noch nicht erster das sagt mich zwar voll hart an aber ich mache das beste draus floh du scheiße es ist kacke what mark hat mich überholt das geht jetzt immer gar nicht doch mann der bald der fort auch komm schon botoren sehe ich nicht ein botoren botoren du musst sterben ich bin beim ende ich auch du bist ein arsch jetzt will ich mal ein messer kill ja erst mal werde ich gekillt ja von mir ja nein nein und wieviel ich hätte die fast nur von hinten aus du hattest 55 ich hatte 54 ist doch scheiße aber ich habe mich deutlich für zwei ich sagte für zwei alter wenn es doch einer für eins abstimmt dann ist es unentschieden und dann ich dachte jetzt macht seine wo ich war nicht erster das ist aber ich habe trotzdem aber es hat zwei errungenschaften gebracht wer geht zu mir farby wir gehen in antiterroreinheit mit philipp in terror ja du kannst ja sogar kombinieren floh philipp du bist im falschen team du bist scheiße du bist ja nicht du strahle mann nein du hast gesagt wir gehen terror ich bin ja ich bin auch ist im terror team vollidiot voll spacken so echt floh mama denke ich mir echt wie wie ein wie nicht mehr und weniger einfach nur wie ich muss mich voll umgeben da entschuldigst du dich jetzt bei mir nicht sterb durch ich muss erst noch ach das warst du war nicht mal ein weg gemacht da kommt er wieder hallo nein ja ich mag ja nicht habe ich schon gesagt dass ich ja nicht mag ich werde einfach jeden wegrutze scheiße ich werde ich sterben ne doch nicht scheiße ja okay aber ich bin ich bin mir da auch schwindelanfall was nein warum hab ich nicht mitgenommen das ist dreckig d farby du bist scheiße oh ey wieso wieso m hier seid alle spaaaaaa g h ach jetzt hat es der DDR-Boss auch mal geschaut sie ist ein du bist einfach schlechter ja scheiße h ach ja weil du immer an den blödsten stellen kommst Kleiner Homopisser. So, Philipp. Du schon wieder. Ja, ich. Ich hab's drauf, du nicht. Komm halt nie über die Nova. Nein, du Spocken. Das ist doch scheiße. Kann der mich mitnehmen? Ja, komm. Jetzt muss ich mir irgendwie eine gute Stelle suchen. Ja, ich kann das. Ja, klar, zu zweit. Das ist auch fast schlecht. Ja, da kann ich ja nichts dafür, wenn du dahin trägst, wie zweitig. Nein! Ich kill mich. Boah, immer du! Ich kill jeden und dann hab ich keine Muni mehr oder hab so wenig Leben, dass nur noch ein Schuss genügt wird. Soll ich jetzt campen? Nee, campen ist langweilig. Ja, komm, du Quickscopen. Ja, da hatte ich keine Muni mehr. Aha. Boah, wieder geflogen ist! What the fuck? Alter, wieder geflogen. Ich war null. Ein Schuss? Bist du mir verarscht? Null. Wie viel Schaden hast du da gemacht? Ich bin schon bei den Pistolen, du bist richtig scheiße. Hast du schon die Snipe gehabt? Ja. Jetzt bin ich bei der Desert Eagle. Biot! Nein. 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 Nein, Mama. Ich will noch nicht ins Bett. Ja. Das ist doch nix. Du bist ein Spacken. Bist du nimmst? Du bist ein Affair. Ich hab das Messer. Biot! Du bist ein Affair. Jetzt will ich mal einen damit killen. Ich hab noch nie einen mit dem Messer gekriegt. Weil da war immer die Runde zu Ende. Ähm. Primerde! Primerde! Wo bist du hin? Ich laufe wie ein Gott. Auf! Aua! Bot John! Ey! Es fehlt nur noch Bot Orhan. Boah, Bot Orhan. Das ist so genau. Das ist das Mega Premium Bot Orhan. Weil er für diesen Namen würde ich sterben. Nein! Alter, hättest du mir nicht ein Messer gelassen können. Komm, einen. Einen. Komm, einer stellt sich jetzt da einfach hin. Das wird mein Messer. Aaaaah! Ja, komm, ich hab doch keine Chance. Bot Orhan! Ja, jetzt bin ich Kanonenfutter. Ja, logisch. Ja. Boah, aber einen wenigstens mal. Oh! Ja, okay. Es kann doch nicht sein, dass ich keinen mit dem Messer killen kann. Weil ich einfach 500 Schläger dafür brauch. Alter, lauf mich von mir weg! Maaan, Flo! Bleib halt einfach stehen! Das hättest du nicht gern. Ja. Hätt ich auch gern. Hey! Das ist doch nicht mehr feierlich. Da kämpft ein bisschen mit dem Messer in die Ecke. Boah, ich bleib jetzt hier stehen. Und bleib stehen. Gute Entscheidung. Boah, ja, Gott. Boah, aber einen! Einer geht doch mal! Ja, komm, ich hab doch keine Chance. Ich glaube, mein Messer drauf zu lauf. Und dann war ich das nicht mal! Ja! 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 Und dann war ich das nicht mal! Ja! Yes! Da hab ich noch knallhart! Nochmal, nochmal! Die Map ist hammergeil! Alter, das war geil! Hallo! Boah, ich will nicht mehr! Ich bin auch nicht Erster! Ja! Ich hab auch noch mehr Punkte wie du, Marco. Ich hab am Ende knallhart aufgeholt. Ich will auch mit dem Let's Name. Wer will das Mikrofon? 10 Euro! Welches Team geht mehr? Boah, Flo, wir gehen Terror! Okay! Ihr seid so scheiße! Bis jetzt zur nächsten Folge! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal!